Guten Tag und herzlich willkommen bei Hitman 2016, Freiheitskämpfer-Mission. Zuerst müssen wir einige Dinge vorschlagen, bevor wir mit dem Spiel anfangen können. Lass uns zuerst mit Einsatzbesprechung beginnen. Sie sind eine Beziehung von einem Beziehung von Cyber-Vandalismus. Using Onion-Rooting mit state-of-the-art Encryption, Hall hat viele Probleme zu bleiben, um sich nichtrassbar zu sein. Sie ist gut, aber wir sind besser. Sie sind für eine Militia-Missionen, lediglich von einem bereits registriertes Target, Sean Rose. Australischer Terrorist und Explosives-Experte, wollte für eine Reihe von öffentlichen Bomben. Rose wurde nahe der Szene von Thomas Cross' Kidnappen, das macht ihn unser Prime-Suspect für den Scherl-Client. Spurred von Erik Söders, die ICA-Bord von Direktors hat uns gefragt, um die Farm zu infiltraten und zu eliminieren Sean Rose, mit drei anderen militiaischen Mitgliedern. Ezra Berg, der verletzten Mossad-Interroger. Penelope Graves, der alte Interpol-Ante-Terror-Analist. Und finally, Maya Parvati, der alte Assassin-Gun-Runner für die Tamil Tigers. Ich werde ehrlich mit Ihnen, 47. Ich considere Erik Söders-Reasoning hastig und ill-advised. Nun, wir können nicht gegen die Wäsche des Bordes gehen, aber wir können unsere eigene Investigation machen. Ob es eine direkte Gefahr zu der ICA oder nicht, wir müssen wissen, die schlösen Klienten-Agenung. Ich lasse Sie, um Sie zu vorbereiten. Gut, das ist ja auch aktiv, diese Mission. Gut, hier für Planung haben wir ICA-19, Münze, Klavierseite und taktische Bekleidung. Wir kommen also, wir können jetzt anfangen zu spielen. Willkommen in Colorado, 47. Die Militia hat auf den HHQ in einer alten Apricot-Farm, und erscheint sich für eine Reihe von Coordinationen-Striken, von cyberattacks zu voll-blown guerrilla-warfare. Der Schöder-Klient sieht aus, dass die Spezialisten und Radikale von überall auf der Ebene. Mercenari und Terroristen, Hackern und Spie sind mit einer unkönnigen, gemeinsamen Cause. Satelliten-Skans indikaten, dass die Kommandung in einem alten Tornado-Shelter ist. Nur Rose sieht, dass sie Zugang haben, also, um ins zu kommen, musst du kreativ sein. Diese Umgebung ist sehr hoch und sehr alert, also schlägt auf. Gut, Lass uns mal jetzt anfangen zu spielen. Lass uns mal jetzt anfangen zu spielen. Wir müssen diese zwei Menschen hier eliminieren, um seine Kleidung mitzunehmen, und danach können wir diesen Farmy filtrieren. Lass uns zuerst ein bisschen warten hier. Soll sie sich ohne. zuerst ein bisschen gerade zu spielen. Anf引 ich auf, um die Pläte zu sein. Und dann können wir sie vielleicht auch nicht anfangen. Er ist, ein bisschen schlägt auf, um siehst du Pedde zu gehen. Ach er sich nicht entstanden. Dann ist es, dass sie sich die Umgebung sieht aus. Er ist ein paar Bergemann wieder auf, Und dann können wir etwas verschlechter. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. We have a dry mansion eliminated. Das war's. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Sie sind auch erledigt, gut. Es gibt alles gut. Vielen Dank. Ich bin zurück. Well, well, our very own punching bag. Any broken bones? Wounded pride, that's all. Good to hear. All right, head over to the breathing area. We'll resume in a moment. We'll have to wait a little while we're here. We'll have to wait a little more to do this. wie Training sagt und danach können wir unseren Plan ziehen natürlich. Agent 47 kann wirklich alles tun, ja? Die Amnesie hat in, hier ist die Sequenz. Anfangen zu dem Auto mit Haste. Eliminieren die Passagiere. Entschuldigen die Briefkaste. Extratieren. Entschuldigen Sie das? Und remember, Speed und Accuracy ist der Name des Spiel. All right! Now geh, holen Sie Ihre Weapons und in die Position! Move aus! Warte bitte, ich musste auch eine Waffe nehmen von hier. All right! Let's go with that! On your mind! Head! Set! Execute! All right! On your mind! Don't save your answer, this guy! Good! This is the lady! Good! This is the lady! Team's overall performance was passable. Good speed and accuracy for coordination needs to improve. The point is to build up muscle memory. A perfect sequence of synchronized motion. You need to be able to pull this off sleeping. Passive. Your appointment was spectacular. If you make it... At first! Arvati won't know what hit her. Nicely done, 47. Two flies with one swat. Hello? Good assistant lady! She is down. Good work. Those were some seriously hard people. I'm beginning to see how she got so rough around the edges. Good stuff, dude. Oh, my God. Good job. I'm back. Good job. I'm coming back. This is... Niemand kann sich das Graves verwenden, und es kann es einfach akzeptieren. Tessa in Ordnung, Mann. Ja, sicher, ich verstehe das. Aber mit Interpol zu spielen, ich weiß nicht, Mann. Ich hoffe, der Techniker weiß, wie er zu tun ist. Sie war der Enem. Ich habe keine Sympathie für das. Ich bin sicher, dass er gut ist. Er hat die Bände, richtig? Ja, er hat es mir vor dem Tenten gezeigt. Er hat seine Länge auch. Er hat das ziemlich ernsthaft genommen. Er sollte sich in der Clear. Aber hey, es wird interessant, wenn sie die Hüte nehmen. Und nicht zu sagen, wie weit sie gehen. Penelope Graves ist noch neu zu diesem Outfit. Und es sieht aus, dass Rose ihre Dedikation für die Cause. Er hat eine der Kommunikations-Technikern ausgedrückt, um als eine Außensein-Agent. Die Techniker soll sie eine Interpol-Badge zeigen, und sie in der Slurry-Pit, um sie zu retten, die Militia. Ich würde mir vorstellen, eine letzte-Minute Re-Casting, 47. Ich denke, sie wird uns zu beenden. Hier gibt es niemanden, die sie sehen können. Das ist erledigt, gut. Er kommt zurück, und danach können wir auch dieselbe tun, hier. Ich denke, wir haben eine Situation in der Hand. Wow! Rechst die Unterstützung. Wir haben eine Situation hier. Couple Melitär profitieren. Und das achtunter? Ja, das____. W OKAY. Ich muss warten bis Penelope Graves hier zurechtkommt. Es gab doch jemanden die uns erkennen kann und ihr müsst gut aufpassen. Hey, nice threads, buddy. Sie muss nach draußen kommen, ich kann dort nicht hingehen. Gut, das können wir jetzt auch erledigen. What's up? Und wir müssen hier warten auf Penelope Graves. Die Graves, du bist zurück in Interpol als Insider. Was? Ich... Wer bist du denn? Wie hast du mich gefunden? Das ist nicht wichtig. Denken Sie das ernsthaft. Du kannst uns mit wertvollen Ente geben. Wenn du zusammenfassst, die Agenzie überraschst deine Gefahr. Direkt? Und was ich, wenn ich nicht? Wenn ich schreie und die Gäste hier rauskomme? Ich würde das nicht machen, wenn ich dich wäre. Das könnte sich nicht gesund sein. Ich gebe dir ein paar Momenten, um zu denken. Gut, 47. Das sollte ihr etwas zu denken. Okay, hör mal, Leute. Ich mag deine Dedikation. Aber bitte, kannst du mir einfach einen Zeitpunkt machen? Ich habe einen Fokus, und es ist... Aber es ist nicht einfach mit einem Entourage. Okay? Danke. Danke. Und jetzt. Ich habe einen Fokus, von der ge copsten. Aber es gibt einen Spanien, die wir es lesen. Höh? Weltk response wurde, dass wir mit Delgado und... Und gut? Danke. 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 das ist also nicht gut ich bin tot ich kann mal das nicht glauben lasst uns von hier ab wieder beginnen wieso gibt es menschen die uns sehen können das ist unglaublich aber wir können von hier ab beginnen das ist gut ich bin wieder in Interpol als ein Insider was ich wer ist denn wer ist? wie hast du mich gefunden? das ist nicht wichtig denkst du das sehr vorsichtig du kannst uns mit wertvollen intel wenn du zusammenfassst die Agenziert werden überrascht intruders werden werden und was wenn ich verabschiede? wenn ich grüße und die Gäste hier rauskomme? ich würde das nicht machen wenn ich dich wäre die Gäste hier rauskomme ich werde dir ein paar Momenten um zu denken gut gut 47 das solltet ihr etwas zu denken ok okay okay look it's very sweet of you to follow me around on rose's request but oh guess what i'm a big girl i can handle myself for a few minutes alright thank you thank you think grace how did they get to you flight out of lion under assume name pass for provided through delgado and that vanisher guy okay change clothes at jfk and again at denver international chart the park huh graves is down excellent work 47 gut das ist auch erledigt hier gibt es jemanden die uns erkennen kann wenn ich meine kleidung wechseln okay also gut wir sind hier lass uns mal auf der suche gehen für die breckstange ja gut sind sie Lass uns mal diese Mission tun, Sprachlos. Was ist das? Possible intruder. Sweeping area. Over. Das ist erledigt. Wir haben den Schlüssel mitgenommen. Und gut, jetzt können wir in Schlüssel gehen. Gut, jetzt können wir hier warten. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Er ist weggegangen. 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 Er muss hier irgendwo sein um Sean Ross' Gesicht an zu machen. Wie geht es denn, Herr? Und hier ist es so. hier vielleicht gibt es etwas von uns nein hier nicht ich muss hier die 3d drucker einschalten ja so rose ist bilden eine Explosive Batterie für eine Link-Force neuer also der nächste Target ist Devaroga das ist hart und diese Leute nicht pissen Ja, das ist noch nicht so, wie es das ist. Ja, das ist noch nicht so, wie es das ist. Das war's für heute. 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 Found something. So is. But that would mean... Providence has infiltrated ICA. And Eric Sodas is their operative. Bastard. It all fits. He was the one who persuaded the rest of the ICA board to greenlight this operation. This changes everything. Get out, 47. We got what we came for. What about the Shadow Client? He is no longer our primary concern. He is no longer our primary concern. ICA has been compromised. I always wondered if Providence was real, but I never actually... I will need to confer with the board, but mark my words, 47. This will have consequences. Good, that is done. We have done everything here. It's done everything here in Colorado. Es dauerte sehr lange bis ich Fan of the Grave zum Ende gebracht habe und auch Ezra Burke, aber es ist erledigt. Wir haben 47.000 Punkte gesammelt, das ist gut. Es dauerte 37 Minuten, aber es dauert ein bisschen mehr, weil ich einige Dinge vier, fünfmal tun musste, aber beim Wiederbearbeitung wird es kürzer sein. Gut, lassen wir uns weitergehen. Wir haben Stufe 9 erreicht in Colorado. Gut, einige neue Waffen bekommen. Gut. Rose ist weg. Es war mir, war es? Sie haben mich geholfen. Ich glaube nicht. Ich habe jede Frage. Rose wusste die Risiken. Sie alle tun. Sie haben gut gemacht, Olivia. Ich bin stolz von dir. Jetzt hör mal. Die ICA-8-Wir weiß über dich. Sie haben dich lebenswirt, weil sie dich brauchen, und jetzt nicht. Wir werden nicht wieder reden. Nicht bis die Wurzeln ist vorbei. Ich mag es nicht. Dieser Mann, du wissen, was er kann. Du musst das jetzt enden. Ich bin weg. Als Kind. Mein Freund und ich, weg von diesem Ort. Wir kamen auf eine kleine Gemeinschaft. Die Leute waren schlecht. Aber diese Frau, sie hat uns in. Wir wurden die nächsten Morgen wundern. Ein paar Leute lieben in der Schnee. Unsere Wurden... ...hier nicht zu verlassen. Sie haben die Frau und ihre Familie geschaut. Sie haben sicher, dass wir die ganze Sache gesehen haben. Das ist dein Geist. Das Wurden sagte uns. Dein Geist. Dein Geist. Dein Geist. Dein Leben. Nur durch sie zu Ende. Dein Geist. Dein Geist. Dein Geist. Der Geist. Lieber als jemand. Die Liebe. Sitz. Beim Machen. diesen Mission Freiheitscamp. Nächstes Mal werden wir uns mal sehen in Hokkaido, Japan mit der Mission Citrus Inversus. Also ich danke allen die dieses Video gesehen haben. Vergessen nicht zu abonnieren, zu kommentieren, auf Magik zu klicken und werden uns mal nächstes Mal sehen. Bis bald!